Hallo Leute, herzlich willkommen zu meinem Kanal, Freunde. Heute seht ihr auf jeden Fall, ähm, ihr seht zwei Wundertüten Packs, die ich gemacht habe. Diese Partyback SPC, die habe ich zweimal gemacht. Dann seht ihr noch ein 86er Plus für Champions Upgrade Pack, Freunde. Und meine 29.1 Weekend League Rewards von der letzten Weekend League. Das sind die League 1 Rewards. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video, Freunde. Lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert gerne, kostet den Kanal. Und was ich noch sagen will, zu den Weekend League Rewards, die habe ich in BVB Stream aufgemacht von dem mit Stefan zusammen. Das ist unser Coach bei Dortmund. Auf jeden Fall ist es dort auch krass delayed. Also ich wollte aber trotzdem die Packs zeigen. Und ja, nur damit ihr da Bescheid wisst. Aber jetzt will ich sagen von Let's Go mit dem Video. Wir können jetzt... Ich habe Angst, ich habe Angst. Bitte macht diesen Schlitz weg. Macht diesen Schlitz weg. Oh mein Gott. Champions League. Champions League. Ey, was ein F, Mann. Was ein F. Ich will irgendwas Cooles. Ich will einfach eine coole Karte haben. Gio Reyna weg. Geil. Bitte, Mann. Bitte. Bitte. Komm, Junge, komm. Komm, 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 komm. Wargott? Wargott. Ruhe. Was ist das? Future Star. Wer ist das? Future Star. Right back. Trend, Digga. Trend, du Kek. Ich dachte, Reece James. So ein schlechtes Pact, Mann. Ich muss jetzt öffnen. Und eher drei drücken, ne? Rechten Stick jetzt. So, jetzt passt. Wir sollten jetzt den ersten Spieler sehen. Aber der erste Spieler ist safe. So ein richtig schlechter. 86er. Irgendwas. David Silva. Oh, Teo Hernandez. Oh, Teo Hernandez ist gut. Digga, Teo Hernandez ist stark. Ja, Teo Hernandez ist stark. Das ist schon mal nice. Das ist schon mal nice. Alles. Oh, Lukaku. Geht es hoch? Geht es hoch? Oder runter? Was redet ihr? Teo 500, komm. 3 Serie A. Christian. Boah, oh, Sucek. Scheiße, Sucek. Teo. Gerade sind die Spieler doch sowieso die meisten nix wert, oder? Ich nehme Antwet. Ja, wirklich. Content von der Content. Die zweite Spiel. Ich glaube, ich muss nichts dazu sagen. 125, kann man wichtig. Zwei in Form Packs. Warte mal, die öfter sind nicht. Oder? Nee. Ja, musst du wissen, ob du was brauchst. Das macht keinen Sinn. Ich glaube, das macht keinen Sinn. 10 Sekunden. Falls Mods da sind, ihr könnt gerne Wett machen, Leute. Ein Kunko. Ja. 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 Ja, gut. Ja. Über P-Marschala bin ich mal gespannt. Wenn das hinhaut, Benni, dann kriegst du einen Sub. Nochmal. Verlängert. Siehst du ihn schon? Ja, ja. Vorwalt. Achso. Achso. Ich call's Grinia. Dann bin ich gespannt. Wenn jemand hier einen richtigen Call raushaut, kriegt er einen Sub von mir. Gigi's in Chat. Gigi's in Chat. Paolo. Ja. 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 Ich guck eigentlich nur auf dein Gesicht. Mal gucken. Und schon vorbei. Krass, was 100 Carpacks mittlerweile machen. Das war's auf jeden Fall mit diesem Video. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, wisst ihr, was zu tun ist. Und wir sehen uns heute Abend wieder auf Twitch, Freunde. Ihr wisst, ich stream jeden Tag eigentlich. Auf Twitch, 21, 22 Uhr bin ich on mit der Weekend League. Deshalb schaltet gerne an, Freunde. Road to 30. Und ja, Freunde. Dann würde ich sagen, macht's gut. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. 4-4-2-Taktik mit nächstes Video. Macht's gut. 5-4-2-Taktik mit nächstes Video.